guten morgen liebe festazubis vor nicht allzu langer zeit haben wir viele feste gefeiert und einige von euch sind dabei wahrscheinlich entstanden bald ganz großes ereignis das hoheimer bezirksmusik dafür wollen wir natürlich vorbereitet sein heute gibt es hierfür eine ganz wichtige lektion heute geht es um das thema dafür brauchen wir ordentlich jetzt muss das bier in den rumpen könnte es wieder nicht erwarten hiermit geht es einfacher so 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 Also ihr habt noch ein bisschen Zeit, aber bis zum Fest muss das sitzen. Ja, 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 ja.